Mein Name ist Tiagi Sio, ich arbeite im Auswärtigen Amt und habe hier das Netzwerk Diplomates of Colour mitbegründet. DOC ist eine ehrenamtliche Interessenvertretung, die sich für mehr Diversität und Inklusion ausspricht. Das Auswärtige Amt ist in den vergangenen Jahren schon deutlich vielfältiger geworden. So hat das Auswärtige Amt beispielsweise 2014 die Charta der Vielfalt unterschrieben. Anders als etwa im französischen oder im britischen Außenministerium ist es bei uns aber noch keine Selbstverständlichkeit, dass People of Colour deutsche Interessen im Ausland vertreten. Auch Führungspersonen mit sichtbarem Migrationshintergrund gibt es noch keine. Daher unterstützt Bundesminister Maas unser Ziel, dass sich die Vielfalt der deutschen Gesellschaft bald auch im Auswärtigen Dienst widerspiegelt. Das weltweite Netz der Auslandsvertretungen kann Menschen mit Migrationsgeschichte, gerade wenn sie verschiedene Sprachen sprechen, sehr gut gebrauchen. Daher unser Aufruf an alle Menschen mit Migrationsgeschichte, bewerbt euch und werdet Teil des Teams. Denn das ist auch euer Auswärtiges Amt.